Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft Staffel 2 Junge, ja mit des Wedi, äh, wollen wir nicht erstmal Holz abbauen? Nö. Du kommst dort eh nicht rein. Achtung, Zombie kommt dir hinterher gerannt. Wenn du jetzt dort runter springst, dann hast du ein großes Problem, weil da löst du die Pfanne aus. Wieso brenne ich jetzt? Haben wir ja. Das war nicht vorbereitet. Und drüben ist ein Wüstendorf, ne? Das war nicht schwer, das hab ich schon gesehen. Jetzt kommen wir mal raus hier mit Holz abholen. Hier haben wir einen Dschungel, hier haben wir einen Schneebiom, hier haben wir eine Wüste. Warte, fuck, das ist ja richtig geil. Die Welt hab ich einmal bei Nitrado gesagt, hier. Ich möchte eine Welt haben, die LP Together heißt. Und die hat es dann generiert. Muss ich ja mal gucken, wie ein Thumbnail. Ja, wann kommt denn jetzt überhaupt die Folge hier raus? Der Schnee. Ah, scheiße! War es denn wieder direkt? Nein, runtergefallen. Also hier ist schon meine Craftingbox. Gut. Kannst du von mir erst benutzen. Wo bist du hin? Da ist ein Dschungelbaum hoch. Ja, muss natürlich wieder per Hand das Größte anfangen. Na? Klopf, 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 klopf. Typisch. Wenn wir das doof haben, wir auch nicht mehr Essensprobleme, oder? Normalerweise nicht. Vor allem haben wir kein Problem mit der Nacht. Ja, doof ist bewacht. Wieso ist es doof bewacht? Weil es bewacht ist. What the fuck? Scheiße. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Oh, das. Also dort waren drei Diamanten drin, Junge. Und drei Smaragde. Die hole ich mir. Da hast du echt noch gar keine Diamantspitze. Alter Schwede, das lasse ich lieber. Nein, ich würde ihn mir jetzt holen. Hast du mal Holz für mich? Nein! Junge, willst du jetzt einfach, dass uns drei Diamanten mindestens flöten können? Da musst du rauskommen. Ja, ich bin draußen. Wo bist du denn hier hingegangen? Dann hier, ich bin hier oben im Baum. Ja, werfen wir runter. Die ist auf der anderen Seite wieder. Hast du gesagt, werfen wir runter, nicht wohin. Alter, ist da kacke. Also wir spielen diesmal auf Bucket. Ja? Ja. So, Spitzhack und ein Schwertwitsch brauchen. Da hat sich schon ein Creeper positioniert. Jetzt ist sicher halt meine Kiste hin, dass ich jetzt wieder recken sollte. Oh, da komme ich auf diese scheiß Pfanne, ey. Weil ich Kiste aufmache und dann habe ich irgendwie einen Fehler drin. Also dann bewegt sich mein Mähne. Lebe ich das? Ich werde wohl wahrscheinlich den Pizzenbürger mal probieren. Bring mir auch mal einen mit. Ich gehe um zwölf zum McDonalds. Aha. Da bringe ich dir bestimmt keinen mit. Da bist du in der Schule. Haha. Nein. Das ist so schlecht. Da ist mir vielleicht etwas anderes dabei. Das ist gut. Alter, ich sehe absolut gar nichts. Alter. Alter, ich habe schon auf Pride gestellt und ich sehe absolut gar nichts. Will ich ihn bald mal oben? Meins unten. Oben. Die, du bist für Eisen. Ich glaube ja. Juch, hey. Jetzt die es in der Scheibe weg. Kacke, ey. Oh, ich stelle mal bitte der Audio-Leise. Boah, ist das ein Scheiß. Blubi, blubi, blubi. So geil, gewinnt die Scheiße. Klar, am Anfang die ja sind. Das wird mal nicht übermütig. Das ist eigentlich nicht gut übelst, ey. Ich habe gehört, du tust hier Holz weiter abfahren. Nein, nein! Ich gehe mal so gucken, was es im Dorf so hier angebauten gibt. Das ist so schnell wieder leer gesnackt. Nee, ich lasse ja gleich wieder an. Also es gibt Kartoffeln. Weizen. Brauchen wir noch Kohle. Für die Kartoffeln. Holzkohle. Und Möhren gibt es auch, das ist gut. Möhren sind scheiße. Ich soll zum Tier reinlocken. Hast du ja bloß die Schweine. Dann haben wir noch hier Getreide, wie gesagt, ne? Weil ich tue jetzt gerne einfach mal hier anforsten. In der Hoffnung, dass es dann alles... Da kann es ja dann wieder wachsen, hier. Also Nahrungsproblem werden wir erstmal nicht haben. Noch kein Holzproblem. Nö. Ist dir mühsam das ist? Warum hat der denn meine Axt? Oh, hier ist eine Schmiede. In der Schmiede ist immer eine Kiste. Und in der Kiste ist immer was drin. Weizen. Weißt du, was in der Kiste drin sind? Das sind Diamanten. Zwei Iron Chess Plates, vier Oak Saplings und neun Diamanten. Wie viel davon kriege ich? Mal sehen. Erstmal müssen wir jetzt hier gucken, dass wir erstmal irgendwie über die Runden kommen. Das sind Schafe. Äh, ich komme erstmal wieder zu dir. Ich habe jetzt ein bisschen Stein. Da könnte ich jetzt nochmal... Dort sind Tiere. Tiere brauchen wir erstmal nicht töten. Das heißt, ich würde jetzt erstmal nochmal hier... Hast du denn schon eine Axt gemacht? Ich mache mir gerade Holzäxte. Ne, warte hier, ich habe den Stein. Ja, da steht schon Holzäxte. Ich gehe jetzt nochmal runter. Wenn sie fertig sind, brauche ich nicht warten. Ich gehe jetzt nochmal runter und tu dort unten mal hier ein bisschen Eisen abbauen. Können wir uns die Schere machen? Können wir uns in Betten machen? Nein, ich habe keine Cola. Wir haben Holz. Holzwerkzeug. Ja. Ist ja auch Feuerstoff. Was ist denn das für Scheiß? Riccardo? Ja. Ich habe hier gerade einen kleinen Bug. Wieso? Ich will jetzt hier Holzblöcke weiter abbauen. Ich komme immer wieder, oder was? Ja. Da bist du bestimmt zu nahm Spawn. Auch mit der Hand geht's, ne? Ach, das WorldEdit ist drin. Er hilft dir, Holz nix. Ich bin jetzt diesmal auf Bucket. Das WorldEdit ist drin. Was heißt das? Dass du nix mit Holzex machen kannst. Außer verfeuern. Das sagst du mir rechtzeitig, nachdem ich die gemacht habe. Hab dich jetzt auch nie dran gedacht. Äh, lustig. Krieg ich da wenigstens Schein von dir? Ja, ich mach. Also wir haben jetzt schon zwei Betten zusammen. Ich hab einfach hier die Woller aus dem wunderschönen Haus hier abgebaut. Fällst du die in der Ruhe drin? Warte, ich geb dir. Dann mach mir aber auch mal ne Axt mit. Moment rein, ich geh mal gucken. Hier können wir ein bisschen... Ich fahr mal ein bisschen Stein. Geh da mal weg. Du solltest Holz farmen. Was machst denn du? Ich brauch noch einen Stein. Wieso brauchst du noch einen Stein? Weil ich zwei Äxte haben möchte. Du hast 33 Stück bekommen. Nein, ich hab sechs Stücke bekommen. Nein, ich hab dir 33 in die Truhe gelegt. Achso, du hast mir was in die Truhe gelegt. Aber die hätten ja sechs Stücke ausgereicht. Na, für meine zwei. Jetzt willst du noch einen. Ja, wir gehen ins Dorf. Nein! Es wird Nacht. Willst du recken? Ich will den Baum abtragen. Oh, kann sie dann nur machen. Ich kann schon niemals sprinten. Da bist du ja öfters gestorben als ich. Ja, ich bin ja auch fix zum Dorf gerannt. Kannst du mal gucken, hier Getreide ein bisschen abbauen und neu ansehen. Ich dachte, du wirst jetzt schlafen. Ja, mach das. Das weißt du derweilere. Ähm, in der Schmiede schon am Anfang, hier ein bisschen was zu brennen. Hier ein Steinschwert. Kann ich als Brennstoff benutzen? Du mit deinen vielen Holzächsen. Das geht dir genauso gut. Ähm, naja, was wollt ihr handeln? 17 Raw Beef gegen ein Emerald. Super. Was für ein Beschiss. Oh, wir haben schon zwei Eisen. Okay. Wir müssen mal Holz... Hast du nur, ähm, Holzstämme? Ja. Ich will das Haus hier haben. Du mal Holzkohle machen. Ja, ich nehm die Schmiede. Du kannst ja anderem Haus auch hinbekommen. Also ein anderes Haus. Äh, das ist jetzt Kartoffeln. Äh, Karotten. Mach mal Holzkohle. Da brauche ich aber ein bisschen Stein von dir. Nein, du brauchst einen Stein dafür. Du hast doch Öfen bei der Schmiede. Ich will aber nicht zur Schmiede gehen. Oh, geh zur Schmiede. Da ist unten in den Ofen und fertig. Hast du noch einen Zeppling? Ja. Boah, Alter. Mache. Super. Hier das Eisen... Erzbrennen. Was? Nee. Mach Holzkohle. So, wo sind die Schmiede? Ach, da. Machen wir jetzt einmal hier einen Waypoint und sagen ja, dass es jetzt mein Home ist. Mach ich mir auch einen Waypoint. At Home. Würdest du das Eisen wieder haben? Ja, das Eisen hätte ich gerne. So. Du musst schon genug Holz unten reinlegen, dass wohl Öfen-Heiz-Alkoholzeug rauskommen kann. Also, ich wollte Bett machen. Gibt es hier mal ein bisschen Holz? Oder wo war ich? Ich habe hier oben ja... Irgendwo habe ich hier Holz hingelegt. Äh, unten. So, haben wir... Haben wir ein Waypoint-Bänchen? Nee, mach mal. Mach mal. Mach mal. Sag, wir gehen gleich durch drüben reinschlafen, wo du gerade hingehst. Wollte hier gerade eigentlich die Fackel rausmachen. Nee, lass es drin. Lass drinnen. Dort gehen wir jetzt pennen. Oh, hier sind ein Haufen Assis. Na und? Pennen bei den beiden Assis. Ich will nicht bei den Assis pennen. Die pupsen dann. Oh, die hatten Zombies. Komm schon. Oh, Alter. Oh, du hast geforst. Ich habe das genau gehört. Hey, wo sind denn die? Alter, es ist laut. Ich brauche schon mal was zu essen. Ja, mal wissen, wie kackt Zombies sind. Spiele, die Macht der Steinspitzhacke. Die wurden die Bibliothek angreifen. Ist das irgendwo eine Fackel? Ich gehe wieder zu meinem Baum. Wer macht das? Ich muss mal überlegen, was ich mache. Ich gehe erst mal zu meinem Home. So, wir haben schon mal 5A essen. Ich habe gerade übes Schiss. Wieso? Mein Minecraft hat einen Leck. Um so einen Baum schleicht ein... Creeper. Wollte ich mir selber mit meinem Minecraft ein bisschen leiser machen. Das ist fast das Gefühl, das zu laut ist. Aber dass ich mir noch nicht leiserе wenn die界, da ist die persistence. Alla